Der Fußball ist so eine Sache. Ja, und mit dem Fußball ist das ja so eine Sache, ne? Viel Lärm und nix. Denn der Krach, den die Fans da immer machen. Das steckt ja richtig an. Und denn die Klopperei da auf dem Spielfeld. 22 Spiele hauen sich um einen einzigen Ball. Targets hauen und stechen. Warum kriegt nicht jeder einen? Denn ist Vincent Ruhe im Karton. Ja, und denn ist der Ball hier um viel Toilette. Den treffen die ja gar nicht. Das einzige was die treffen ist das Schienbein vom Mitspieler. Oder den Hintern vom Schiedsrichter. Deswegen gibt das auch immer so viele Fouls. Ne? Und so viele rote Karten. Ja, geht ja wohl nicht anders. Das, ich, jetzt sag ich mal. Das hier ist ein Fußball. Das ist wenigstens was Vernünftiges. Ach wisst ihr, früher, da hab ich ja immer mal in die Sterne kling. Das dau ich heut noch. Aber wie gesagt, die Begeisterung, die steckt ja an. Ne? Ja, und ich hab schon ordentlich was drauf. Ne? Mit diesem Ball den Trips zu winzen. Ich kann viel besser. Viel besser als die Jungs, die da in den Küffels stehen. Ja, und ich hab's noch nicht gesehen. Und hast noch nicht gesehen. Und hast noch nicht gesehen. Huu, hu, hu, hu. Ups, 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 ups. Und ja, und ja. Und gib ihm die Kante. Und gib ihm die Kante. Und, jo, und komm her, ganz zurück. Hier geblieben, hier geblieben, und noch mal, kippig, und kippig, und kippig, und kippig. Ich, ich glaube, die jüngste Kunde doch besser als ich, ich glaube, ich glaube noch lieber bei mir, bei mir in Astronomie, und kippen lieber die Sterne, doch kann ich wenigstens nicht ins Wohne fallen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, Gott! Gut.